Hallo, ich komme aus Deutschland. Ich bin durch das Internet auf die iStar-Klinik aufmerksam geworden. Ich hatte mir erst eine andere Klinik angeschaut und bin dann durch Zufall eigentlich, durch einen Erfahrungsbericht auf die iStar-Klinik gekommen, habe mir das angeschaut und war eigentlich sofort begeistert. Unter anderem deswegen, weil iStar am Tag nur zehn Patienten behandelt. Dadurch ist eine individuelle Betreuung möglich und das hat mich schon sehr überzeugt. Die Kommunikation mit der Klinik vorab war schon richtig super. Man konnte telefonieren, man wurde angerufen, wenn man Fragen hatte, die wurden individuell beantwortet, die Fragen. Also ich war schon sehr begeistert, auch wenn ein bisschen Angst mitgespielt hat. Aber ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin und es ist alles super gelaufen. Ich freue mich sehr, dass ich gucken kann wie ein Adler. Und jetzt ist alles schön. Ich freue mich sehr und nochmal ganz lieben Dank an das Team, die waren wirklich alle klasse. Ich kann es nur empfehlen.